Am 16. Februar heißt es wieder Let's Vets. Gespielt wird dieses Mal Street Fighter V. Sei dabei und zeige deine Beat'em-Up-Skills im Duell gegen Dalukat, Debitor LP, David Hain und Fabian Siegesmund. Dem Sieger winkt eine Sony Playstation 4, signiert von Street Fighter Producer Ono-san persönlich. Bist du der bessere Street Fighter? Dann bewirb dich jetzt. Bis zum nächsten Mal.